Willkommen zu einer neuen Folge von Borderlands 2, dem Piratenschatz, DLC, hieß das Piratenschatz? Egal. Oasis. Oasis. Piratenoasis. Oasis heißt das, ja. Wonderwall, genau. Das sieht so aus, als wenn wir da nochmal reisen, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich glaube geradeaus ist korrekt. Falls du dich fragst, wieso ich dich losschicke, um Sandman zu killen und es dich selbst mache, ist das erstens mal eine gute Frage. Freut mich, dass du bei der Sache bist. Zum zweiten ist Sandman ziemlich stark und du bist ganz furchtbar entbehrlich, also empfiehle ich mich. Ich hänge hier fest. Du hängst an Doren fest, oh. Ist dir noch was? Nö. Das ist meine Witze. Da nehme ich immer auf. Was nimmst du auf? Da meine LPs. Wie nochmal? Hä? 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 In dem Raum da, oder? Richtig. Verstehe ich nicht. Aber ich verstehe jetzt, warum dir keiner zuguckt. Alter, ich brenne. Ich brenne mit Korrosionsschaden. Was macht denn dein Schnorrer, der Strap dahin? Der ist die. Der ist die. Voll der krasse Boy, alter. Der fragt, ob es irgendwo was sonst gibt. Wer? Der ist der Strap. Achso. Äh, gibt's hier was umsonst? Ja, gibt es. Die sagen ja nein, dann kriegen sie auf der Fresse. Und wie bin ich hier voll? Volle Fund ausm holen. Landratte. Oh. Batch. S-Rang 1. Und Sniper verziehen. Wo bist du denn? Warum? Die Rückendeckung. Wo ist noch ein Snapper? Der Arsch. Macht keinen Schild weg. Ach, hier war noch das, der eine Skin. Wo ist er denn? Der Strap, gebt den Arsch. Den habe ich gar nicht aufgenommen. Doch. Dann ist er hier jetzt noch ein Skin. Dann kann ich den nehmen. Du beschützt mich ja, ne? War ja richtig so, ja? So, ich muss auf jeden Fall mal verkaufen. Wir reisen, ich auch. Ja, das sag ich ja. Ich bin nämlich full, wahr. Na, du bist öfter. Du bist aber so gemeint. Korrekt. So, was? Haters Volli. Ja, ja, genau. Genau, 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 genau. Das ist ein Shop, 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 Shop. Und ein Ausrufe, Zeichnen, Shop, 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 Shop. So, es fließt also eine Menge Wasser und oh, exes, haha, welch Überraschung. Krass. Oh, wollen wir erstmal verkaufen. Wie du Leute killst. Das macht Spaß. Fügt allen Nahkampfattacken extra 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 extra. Ja, die auch. Und jetzt hier diese Tiny Tina Boom Boom Dinger, die behalte ich mal erstmal noch, wa? So, was sagen. Was haben wir hier noch für ein Schild? Hast du dieses Captain Blades echter Kerlschild behalten da? Ja, behalte ich erstmal, weil ich den für die... Welch wunderbarer Fensterbehandlung. Fucht der Elemente, fügt allen Nahkampf extra explosiv. Ich mach doch keinen Nahkampf. Nee, du nicht. Ich hau das mal weg. Oh, das sieht aber geil aus. So. Aber hier die Oase sieht echt nice aus, he? Also damit das klar ist. Ja, die meisten meiner waren und 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 Abenteurer aus den Händen. Krass gar nicht zum Rest des Spiels. Ja, das ist ja jetzt hier unter, oder? Ich helfe dir mal, ne? Du schaffst ja den Bett, das dann nicht. So, dauert bloß länger. Das ist noch ein Zweiter. Das ist okay. Können gut ab, ey. Das müssen wir irgendwann nochmal machen. Alter, wo kam der denn her? Alter, what the fuck? Junge, 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 Junge. Das war wie so der Michael Jackson, Lisa. So, schon weiter? Ja. Wir sollen den Sandmann töten, oder? Immer noch. Weil der bringt keinen Schlafsack mehr. Achso. Sonst würde mich der Anblick dieser riesigen Quelle vermutlich Rasen machen. Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, hier sind wieder so ne Golem-Dinger. Die lassen mir... Da unten ein Schnodder fallen, da. EUROS. So, da hinten ist noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Ich renne grad irgendwo hoch. Das sieht aber so aus, als wenn das oben ist wieder. Und wieder so ne Flasche. Ey, da ist ja auch noch, ey. Hä? Ja, das ist da oben wieder so ne Flasche. Kann man hier hochfahren? Ne. Verarschen. Wer will dich verarschen? Wo bist denn du da jetzt in den Hof? Weiß ich auch noch nicht. Irgendwie ist hier ne Sackgasse. Tja, ha. Ey, was soll das? Vielleicht im Questgebiet später. Ich weiß nicht mal, wie du da... Wo bist du überhaupt? Du bist über mir. Hä? Da geht's eh nicht weiter, brauchst du da eigentlich gucken. Ne, ich bin da unten. Ne, doch nicht. Was? Ne, doch nicht. Dachte ich, das ist ne geile Waffenkiste, aber so geil ist er doch nicht. Ah, da bist du ja. Hallo. Hä? Na, ich bin unter dir. Und ich bin über dir. Oh, der Fahrstuhl nach oben, cool. Ja, der geht nicht, habe ich schon probiert. Doch, geht. Hä? Was? Wie der geht? Quatsch. Ja, wahrscheinlich hast du irgendwas noch aktiviert eben, keine Ahnung. Oder du. Hä, du bist doch gar nicht am Fahrstuhl. Ne, ich fahre dich auch noch. Alter. Oh, gehörntes Gag-Welpen. Geben so, der kommt. Hä? Ja, das ist einfach. Wie hast denn die jetzt wieder aktiviert, ey? Hä? Die Welpen. Na, ich fahre hier schon ein Stück weiter laufen. Hab noch Gold besorgt. Dann kannst du zurück und die rennt hinterher. Ja. Genau so. Muss jemand geheilt werden? Er muss wieder töten. Wer ist denn er? Na du. Hast du doch geschrien. Ich bin doch aber eine Siege. Muss töten. Muss töten. Ja. Du bist ein Kerl gefangen in einer Frau. Okay. Hast du was gegen Transgender? Nee. Habe ich ja nicht behauptet. Geld, Geld, Geld. I, 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 um. Geld, Geld, Geld. Ich hau ab. Wieso haust du ab? Wann ich auch nicht. Oh, hier war ein Stephen Hawking. Was war da? Ein Stephen Hawking. Hat die sind eh ins Gag, meinst du da? Yeah. Die sind Sea Hawk. Da sagt er an Stephen Hawking. Hier ist ein Schalter, aber rot. Hier müssen wir ja auch nicht hin. Das ist stark nach. Hier könnt ihr wieder so ein Seckbruch-Sound. Ach so, hier ist so eine Arena. Ja, 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 ja. So ein unbesiegbare Teil. Genau, das meinte ich doch. Start-Mod doch. Wo da oben sind es Sniper. Das war jetzt der Fall. Kommt er denn hier auf immer? Untergesprungen. Wann das Ding hier? So. Nee, der stand ja hier direkt vor unserer... Vor der Treppe. Das früher waren Sandman und ich mal so. Ach so, du siehst ja nichts über Funk. Ich kreuze Ring und Zeigefinger. Also so, beste Freunde. Naja, eben bis wir auf alte Notizen... ...kann der Page stießen. Über einen verschollenen Schatz. Sandman und ich fahrenden zwei Teile von Captain Blades mystischem Kompass. Dann wollte ich dämliche Kuh ihm in den Rücken fallen. Also richtig, mit Messer und so. Die Klinge zerbrach, er schoss mir ins Bein und rannte weg. Ziemlich peinlich das Ganze. Aber da habe ich gelernt, verrate niemals deine Freunde. Außer du bist dir sicher, dass du gewinnst. Ach hier, ich gleich wieder Sachen... ...zum verkaufen. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Viel Glück. Ich habe auch noch gar nicht so viele Waffen aufgenommen, ne? Noch unter 200 Waffen. Das ist eigentlich relativ schlecht, ne? Das ist so. Also das ist nicht gut. Ja, ich spiele immer mit den gleichen Waffen. Das ist so. Bin ich so der Verkäufer, weißt du? Du bist kein Looter King. Ich bin mehr der Shooter. Der Shooter. Alter, das sieht hier auch ein bisschen geil aus. Du schießt einfach auf Gegner, die du nicht siehst, oder? Ich habe den gesehen. Ja, ja, genau. Du hast den wieder gesehen. Das ist nämlich cool. Ah. Der Rückdammatrosa. Aber viele Erfahrungen bringen die hier nicht, ne? Das sind ja auch noch die Naraffen. Lol, der hat sich rückwärts weggerollt. Das macht er einfach. Ja. Und das sogar mehrmals. Deshalb konnte ich ihn nicht treffen. Äh. Wenn sie nicht stillstehen, schon bist du aufgeschmissen, der. Nee, ne, der ist ja auf mich zugelaufen gekommen. Und dann einfach weggerollt. Ne, ich habe beschossen und der hat eine Rückwärtsrolle gemacht. Der Keder. Ja, sah ich ja. Oh, nicht mehr lange. Hier ist ein Medikid. Da ist ein Medikid. So, wir müssen ja auf jeden Fall noch da. An diese. Oh. Alter. Warum schiebst du mich denn hier runter? Alter. Die haben mich fast getötet. Ja, ist ja gut. Hier, der hier. Das ist so ein Selbstmörder. Ein Selbstmörder ist das. Und ich habe einen Skin aufgesammelt. Du glücklicher. Du hast ja schon drei oder so. Ne, zwei habe ich. Laufen wir jetzt hier überhaupt richtig? Wenn wir jetzt hier... Oh, da wir sind Freibeuter. Ich dachte, frei dir. Schade. Ruhe. Oh, brutaler Pirat, Alter. Ich bin viel brutaler, Junge. Junge. Oh. Er ist nämlich Schnorrer. Der Brutale. Jetzt auf Tele 5. Was, Telefon? Telefon. Der kleine Schnorrer bitte ans Telefon. Der Schnorrer bitte. Du solltest doch abhauen. Jetzt muss ich dich killen. Deine Freunde sind glücklich. Ach so, nach da unten müssen wir gar nicht, oder was? Ja doch eigentlich schon, oder? Ne, wir gehen ja hier weiter. Ignorier ihn einfach. Er redet blech. Ah, vielleicht... Ah, jetzt kommen hier nochmal Golddinger, wa? Was? Nicht getroffen? Schlechte. Okay, komm. Better ist kein Nuller. Ja. Öffne das Tor und töte es dann. Zwei leichte Teile. Ja. Na. Lass mal gucken, ey. Hier ist das Tor auf jeden Fall. Alter, voll vorbeigeschossen. Die Frage ist ja, ob wir erst die hinter uns töten. Nicht, dass sie uns in den Rücken fallen. In die Rücke? Warum bist du tot? Ich bin tot. Ich mach das Tor auf. Hab's immer noch drauf. Der Tor ist ja unten aufgegangen jetzt, ne? Yes, of course. Ja, wie ich sage, machen wir Erfolg, Päusche. Was? Was? Verstehen Sie? Aber du kannst deine Fähigkeiten nicht abbrechen, ne? Nein, kann ich nicht. Verstehen Sie? Ja. So, ich stell mich jetzt hier hin, wa? Mach da. Spitze. Bedanke mich. Tschüss. Tschüss.